Ähm, dann laufen wir trotzdem noch mal hier hinten das Eckchen vielleicht ab. Vielleicht finden wir... Okay. Ah! Hallo Mandalorianer! Äh... Ba-ba-ba-ba... Gut, dass das so wenige sind. Versuchen wir mal, ludlichst viele umzuschmeißen. Was ist? Kildliches Gift? Was ist? Kildliches Gift? Ja? Das ist nicht vorgesehen. Gut, ähm... Äh, Juorni, du bist schon dabei, das ist sehr lobenswert. Da sind wir denen auch mit der Machtwelle weg. Oh, Tagobu-Heintrag. Yo! Okay. Und ich wollte mir schon Gedanken machen. Haben wir jetzt auch noch mal ein Level geschaffen? Das könnte fast schon das Lötste sein, das ist umgekommen. Allzu viele Levelhafts dürften es nicht mehr sein. Das Maximale ist ja 20. Geschicklichkeit. Kopf eines Mandalorianers. Ja, wunderbar. Äh... Primer... Level 17, na gut, ist doch noch ein bisschen Luft. Fähigkeiten... Dann bringen wir die Sprengstoffe mal auf 10, dann ist das erledigt. Rüstungstalente. Auf Blastergeschosse, das brauchen wir eigentlich nicht. Zähigkeit wäre zu überlegen. Oder hier diese Nahkampfkiste. Rüstungstalente erüben sich. Es wäre natürlich auch schön, wenn wir hier noch irgendwas reinbringen könnten. Auf der anderen Seite würden wir eh immer nur einen Angriffstyp im Wesentlichen verwenden. Ich gehe mal hier auf duellieren. Kräfte. Ja, würde sich's wahrscheinlich auch anbieten, dass wir etwas vollenden, was wir schon angefangen haben. Solche wäre da eine Möglichkeit. Kurieren, eventuell auch. Gehen wir nochmal das auf, auf die Heilung auch. So, Fähigkeiten. Da gehen wir jetzt auch auf die Heilung. Wer kommt da nicht mehr bei? Und definitiv hier in den Nahkampf investieren. Wie sitzen wir bei den Geschichten sonst? Ja, passt, passt. Weil ab und an kämpft er ja doch mal im Nahkampf und dann braucht er das einfach. Und jetzt hier den Machtsturm. Da warte ich ja schon lange drauf. Sehr, sehr coole Sache. Die ich natürlich... So. Auf ein neues. Gut. Oh, hier ist auch noch ein Weg. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Ja. Also gewisse Knöpfe in gewissen Reihenfolgen darf man einfach nicht drücken. Südlicher Strand. Okay. Südlicher Strand. Schauen wir es uns an. Oh. Was ist? Ein Wink mit dem Zaumpfahl. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein Schiff an den Mandalorianern oder sowas. in Folge gemacht. Also etwas anders als beim letzten Mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Wow. Dass das auch keiner aufdeckt. Sind das irgendwie ganz toll. Ist ja brutal. Und auf der anderen Seite stürzt nicht so extrem viel, wir heilen das jetzt einfach relativ geschmeidig weg. Was ich auch recht interessant fand bei den Lichtschwertkristallen, hatte ich das Gefühl, dass die mitunter andere Effekte haben. Wenn man unterschiedliche Charaktere hat, die die Lichtschwertkristalle benutzen, ist natürlich recht bemerkenswert. Und hier können wir jetzt einfach mal die neue Fähigkeit ausprobieren. Oh Gott. Alles niedergestreckt, niedergemetzelt und hier kaputt gemacht. Was habe ich überhaupt für ein Level jetzt? 20, das heißt, das ist das letzte Mal, dass ich hier irgendwelche Punkte verteilen darf. Und dann... Ja. Habe ich ja gar nicht so viel davon, wenn ich jetzt hier irgendwas ausgebe, weil alles schon klappt ist. Das ist aber merkwürdig, oder? Naja, ich gehe trotzdem auf Geschicklichkeit. Hier stellen wir die Heilung klappt. Talente, Meistersinne, sehr schön. Ja, das Blöde ist an dem tollen, sehe ich jetzt auch gerade an dem Chip, den kann man gar nicht mehr benutzen. Weil ich den Chip, diese Implantate, das kriege ich gar nicht mehr, ne? Weil ich immer genug Punkte habe, die ich überhaupt ausgeben könnte. Yohoho, sehr, sehr schön. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich auch das mit der Zähigkeit. Kräfte, die Machtrüstung machen wir da voll. Genau. Wir müssen das jetzt auch ein wenig für Englisch haben. Und fertig. Nicht so ganz optimal, hätte es sicherlich besser sein können, aber... Mein Gott, was willst du machen? Es ist, wie es ist. Da ist ziemlich viel Energie in der Luft. Power is in the air. Ah, wieder sehr schön. Machen wir uns mal ein bisschen die Stiefel sauber. Oder dreckig, je nachdem. Ja, und hier gibt es anscheinend nicht viel mehr als diese energiegeladene Geschichte da. Hier ist sonst auch nichts. Ne. Ja, okay, dann... Ich habe nicht dagegen getan, getut. Oh, Monogramm. Ihr seid keine Raktor. Was habt ihr hier zu suchen, Außenwältler? Wer seid ihr? Wir sind die Ältesten und ihr werdet unsere Fragen beantworten. Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Ich bin Revan. Ihr... Ihr seid Revan. Der Rat möchte euch sprechen. Ihr dürft beitreten. Ja, wunderbar. Mein Name hat Gewicht. Siedlung der Ältesten. Also haben ein paar der Raktor tatsächlich bis zum heutigen Tag überlebt. Wir vom Rat der Ältesten hatten nicht erwartet, euch wiederzusehen, Revan. Wir dachten, ihr hättet uns verraten. Warum seid ihr nach all dieser Zeit wieder in unser Dorf zurückgekehrt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Eure Worte sind verwirrend. Wir kennen euch. Ihr seid der, der Revan genannt wird. Ihr seid der, der früher schon einmal hier war. Ihr versprach uns zu helfen. Ganz dank für unsere Hilfe wolltet ihr die uralten Kröltaten unserer Raktor-Vorfahren vernichten. Seht ihr? Steht hier etwa nicht länger zu eurem Wort? Mein Verstand wurde zerstört. Meine Erinnerungen sind weg. Wir fühlen, dass ihr euch verändert habt. Etwas ist anders. Ihr seid nicht mehr der, der ihr einmal wart. Vielleicht ist euer Gedächtnis wirklich verloren. Doch eure Kraft, was ihr die Macht nennt, ist in uns in euch. Ihr könnt uns noch immer helfen, Revan, wenn ihr es wagt, euch wieder zu trauen. Das ist alles ein wenig überwältigend. Ich erinnere mich immer noch an nichts. Wenn ihr die Wahrheit sagt, die ihr euch nicht erinnert, dass ihr schon einmal hier wart, habt ihr sicher viele Fragen. Stellt eure Fragen, Revan, und wir werden von sich befreien, euch zu erklären. Ihr könnt mir erst einmal sagen, wer ihr eigentlich seid. Wir sind die ältesten, nachfahrende Raktor-Priester, die während der Zeit des unendlichen Reiches über 20.000 gebotischen Standardjahren herrschte. Ihr habt uns getroffen, als ihr das letzte Mal hier wart. Verdammt. Malak und ihr habt den Absturz in Eide überlebt, aber ihr wart hier auf unserer Welt gestrandet und bei der Suche nach einem Weg von diesen Moneten habt ihr unsere Entklarse entdeckt, genau wie dieses Mal. Ihr habt die Sprache der Raktor mit Glippe der Macht in unseren Gehörnen verbannt und uns basic in unserer Städte betrieben. Wir sollten euch helfen, die Sternenschmütze finden. Wir haben euch geholfen, den Tempel der Altvorderen zugetreten, euch und mal. Und jetzt, nach all der Zeit, seid ihr zurück mit ausgelöschtem Gedächtnis. Was wollt ihr noch wissen? Stürzen hier viele Schiffe ab. Im Laufe der Geschichte unserer Welt sind viele Schiffe dem Stürfel zum Opfer gefallen. Die meisten Insassen starben bei dem Absturz, aber manche überleben. Sie kamen, so kamen die großen Kriegsbestien, die Arancors nennt, auf dieser Welt. Einige dieser Bestien überlebten den Absturz und wurden von den primitiven Raktar-Stämme gefangen, genommen und gezähmt. Primitivere Stämme. Es gibt noch mehr Raktar. Es gibt viele Raktar auf dieser Welt, aber die meisten sind primitivere, kriegsführende Stämme, die von den niedrigen Kassen des unendlichen Reiches abstimmen. Der Mächtigste, der Mächtigste, die verfolgten Stämme, keine Ahnung, ob er war. Die Krieger der Stämme ist das eine, haben unsere Raktar schon oft angegriffen, in der Hoffnung, sich das Wissen anzueignen, dass wir noch nicht haben. Aber unsere Technologie, was wir hier bereit sind, überlegen, ihre Angriffe sind gescheitert. Ah! Okay. Erzählt mir von dem Tempel der Alten. Ich kann euch nicht viel über die Tempel sagen. Ich weiß, dass die Geheimnisse unserer Vorfahren und in Versteckung sind. Aber der Tempel selbst bleibt uns verschlossen. Nur wer die Macht der Alten vorderen errscht, kann betreten. Vor langer Zeit haben die Raktar über diese Kraft verfügbar, aber sie hat uns verlassen. Deshalb haben wir euch geäußert, als ihr das letzte Mal hier wartet, ihr könnt den Tempel betreten. Wir nicht. Ich brauche Ersatzteile für mein Schiff. Selbst wenn ihr euer Schlauze trainiert, könnt ihr diese Welt nicht verlassen, denn wenn ihr den Tempel betretet. Und das Störfeld, der betretet, ist diese möglich. Das wollen, denn dies hat euch auch zum Beispiel geführt, was die Teile angeht. Dabei können wir euch nicht helfen. Vielleicht findet ihr die nötigen Teile, wenn ihr einfach die einzelnen Abschlussstelle weit versucht. Aber die meisten Frags werden sehr schnell für die Tiefen, die Kriegerausschung und Darstellungen ausgesprochen werden. So sind die Technologie nicht verstehen worden, dass sie alles, was sie tragen können. Und wenn ich nun verspreche, euch noch einmal zu helfen, werdet ihr mir helfen? Wir haben euch bereits einmal vertraut, Rewan. Und ihr habt uns verraten. Bestimmt zwar, dass ihr den Tempel betreten könnt und wir nicht. Aber wie sollen wir euch noch einmal trauen? Ein Teil von mir, der, der Teil von mir der Rewan war, ist tot. Ich bin jetzt Tantos Saraya. Fehlschlag. Ihr sagt, ihr seid nicht nur der, der ihr wart. Doch ist alles wie bei eurem letzten Besuch. Wie bei eurem letzten Abschluss. Wie beim letzten Mal, der Bitki und unsere Löse. Wie ihr wollt euch nicht verändert haben, Rewan. Überreden. Ich kann euch nicht zeigen, was in meinem Herzen ist. Aber ich kann euch bitten, mich nach meinen Taten zu beurteilen. Erfolg. Wir verspüren, dass ihr ehrlich seid, dass ihr es ehrlich meint. Doch Worte sind weggänglich. Ernehmt euch Taten und könnt ihr wahres Wesen beweisen. Ihr müsst uns beweisen, dass ihr euch geändert habt, Rewan. Dass ihr nicht mehr der seid, der ihr einst wart. Wie kann ich das beweisen? Der eine hat in letzter Zeit mehrere unserer Speer gefangen genommen. Die meisten wurden brutal abgeschafft. Aber einer der Speer ist noch am Leben. Er wird mit unter unvorstellbaren Foltermethoden versuchen, sie alles über unseren Stamm aus dem Speer heraus zu quetschen. Wenn der eine mit ihm fertig ist, wird der Speer genau wie die anderen hingerechnet. Ihr müsst beweisen, dass ihr euch wirklich geändert habt, indem ihr euer Leben für das eine oder andere Reste kehrt. Rettet unseren Speer aus dem Klauen des einen. Wir werden euch vielleicht helfen. Vielleicht kann ich auch mit dem einen verhandeln, damit er die Geisel freilässt. Wir würden es vorziehen, wenn ihr einen Weg findet, wie ihr den Gefangenen ohne Durchschauwesen befreien könnt. Aber wir glauben nicht, dass das möglich ist. Der eine verhandelt nicht gerne. Wenn ich die Gefangenen befreie, helft ihr mir also, indem ihr euer eigenes Leben riskiert, um den Gefangenen zu retten, beweist ihr uns, dass ihr eure Vergangenheit wirklich bereut. Ich komme zurück, sobald ich den Gefangenen befreit habe. Der Gefangene wird im Zimmer des einen selbst festgehalten. Kehrt zu uns zurück, wenn er befreitet. Bis dahin dürft ihr euch frei in unserer Enklave bewegen. Jawohl. Dann machen wir das doch gleich mal. Ratsmitglied, Ratsmitglied, Ratsmitglied. Habt ihr hier irgendwelche schönen Sachen? Gong. Bang, 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 bang. Dass die hier auch niemals Dächer bauen. Die haben anscheinend alle ein unbeschütterliches Vertrauen in das gute Wässer im Wetter. Toilide. Oh, Käfig. Der Käfig ist mit einer seltsamen mechanischen Apparat verriegegeprasst. So, nutze ich einen Spezialschlüssel, okay. Toilide, der Älteste. Ja, wenn er das sagt, dann wird das stimmen. Also, Wissenschaftler, Lelava. Endlich seid ihr zurückgekehrt, Riva. Ich fing schon an mich zu fragen, was euch im Tempel zugeschlossen ist. Ihr kennt mich? Wir haben uns bereits einmal getroffen, als ihr unsere Enklave besucht habt. Tromm, vielen Jahren. Auch damals haben wir mich, meine Forschung, gefragt. Ihr seid hierhergekommen. Habt euch Zutrück zum Tempel verschafft. Und niemand hat hier wieder von euch gehört. Einige dachten, ihr hättet uns die Anderen verraten. Aber sie konnten unsere Verteidigung, die durchbrechen. Aber wenn ihr uns jetzt helft, bedeutet die verlorene Zeit nicht das Grängste. Aber wenn ihr uns jetzt... Was macht ihr hier? Was macht ihr denn hier? Was ich hier mache? Was der Zweck meiner Forschung ist, meint ihr? Was ist denn der Zweck eurer Forschung? Wie ihr vielleicht von unseren Historikern gehört habt, haben wir vor langer Zeit die Technologie mit der Macht verschmolzen. Und so war, hat unglaubliche Ergebnisse erzielt. Allein mit unserer Macht haben wir Schiffe durch die Galaxie gelenkt. In allen Bereichen unserer Gesellschaft haben wir sie eingesetzt. Aber irgendwo ist irgendetwas geschehen. Was ist passiert? Es gab eine ganze Reihe von Theorien. Vielleicht sind wir durch die ständige Verwendung die Mundi um die Macht geworden. Vielleicht hat unsere Vorflösung zu halten uns mit der Zeit unempfindlichen Lebensgebracht. Niemand weiß es. Jedenfalls können wir die Macht nicht um so verwenden, wie früher. Ihre Kraft hat uns verlassen. Ohne die Macht konnten unsere Technologie uns nicht mehr über die Rassen erheben, die wir bezwungen haben, weil unser Reich zerfiel. Die unterirdischen Rassen erhoben sich Krankheiten, suchten unsere Welten heim. Wir waren verzweifelt. Schließlich überleben nur die Mitglieder unserer Rasse, die hier auf unserem Heimatplaneten lebten. Und woraus besteht denn nun deine Forschung? Es kommt immer wieder vor, dass jemand geboren wird, der im Einklang mit der Macht zu stehen scheint. Er mag sie vielleicht nicht direkt einsetzen können, aber zumindest ist er ihr gegenüber empfänglich. Ich glaube, dass es ein Hinweis darauf ist, dass die Gene, die es uns ermöglichten, die Macht zu verwenden, noch nicht vollständig verschwunden sind. Vielleicht für die nur einige unserer Fähigkeiten erhalten, als die Vorfahren unserer heutigen Ungstimme, blablabla. Seit Jahren arbeiten wir daran, diese Gene zu isolieren, um ihn in unserer Spezies wieder zu aktivieren. Wir von den Ältesten sind selbst nicht empfänglich für die Macht, aber indem wir die genetischen Strukturen anderer Stämme erhnen, hoffen wir, das Gen unserer Spezies züchten zu können. Ihr nehmt Gefangene wegen ihrer Gene?